ja hallo zusammen und heute habe ich einen wunderbaren gast hier nämlich mein lieber bruder der andreas keppler mit dem ich mich heute mal über das thema kein inkommen volle kosten und erhalt der andreas ist nämlich auch musiker auch wenn du das nicht voll beruflich macht aber er kennt ein ganzer haufe leute und hat mit sicherheit eine sichtweise herz spiel komme andreas schönen guten tag ja andreas erzähle einfach mal sowas ganz kurz was die was du so machst im musikbereich was du so dass oder tust du weißt die die jane sache steht da zum beispiel im mittelpunkt dann haben wir natürlich unser eigenes projekt noch die la mimosas auch am laufen und ja immer halt mit der musik halt beschäftigt was bands angeht was mit musiker angeht und so weiter also diese ganze szene habe ich also ein bisschen im blick aber wie du schon selbst sagst bin ich halt jetzt nicht unbedingt derjenige der nur von der musik lebt sondern habe auch noch den job und kann aber so meine eindrücke halt schildern jetzt hier in einem mit einem format halt was was da gerade so los ist soweit ich das mit meinen bekannten meinen leuten irgendwie abgleich telefonieren natürlich und so weiter und höre halt eine ganze menge ja das ist also das ding was ich jetzt dazu beitragen kann ja erzähl doch erzähl doch einfach mal was so los ist das hast du ja schon gesagt was so die szene liegt ja mehr oder weniger speziell wenn man so ein live bereich reinguckt mehr oder weniger am boden ja wie was beobachtest du da was sind so deine eindrücke ist ganz interessant wo man hinguckt also der live bereich da würde ich sagen ja da liegt der boden also das ist wirklich ein absolutes desaster gerade was da was da abgeht terminlich halt auch die verschiebungen die ein netz auch in den in dem folgejahr schon mal wieder beeinflussen so weiter man hat ziele im jahr 2020 gehabt um die die frequenz zu erhöhen die jetzt sich wieder verschiebt auf 2021 das jahr wird aber auch nicht länger es bleibt bei den 52 wochen da gibt es also auch keine festivals absehbar in 2022 die dann auf einmal nicht am freitag und am samstag und die werden auch nicht am dienstag stattfinden ja also die terminenge wird immer prekärer ja was man halt auch erlebt ist halt das einfach veranstaltung wegfallen ja die werden einfach auch nicht mehr auch nicht mehr zum leben erweckt weil da gibt es keine keine möglichkeit mehr die zwei jahre die man jetzt ein kalkulieren muss die sind so hart für die veranstaltung also da gar keine möglichkeit mehr haben auf der anderen seite wenn man hinguckt auf die also zum beispiel freunde bekannte die im produzenten bereich unterwegs sind die haben einen positiven effekt also habe ich auch so nicht bedacht oder beziehungsweise auch nicht vermutet dass man da gesagt bekommt ja jetzt gibt es auch immer wieder menschen die haben auf einmal zeit und gehen in studio weil sie irgendwann mal zu ihrem zeitpunkt man song geschrieben haben zum beispiel jetzt mal ganz banal was weiß ich was und wenn es ein geburtstagssong ist und kommen auf die idee sich dann mal das ganze zu ja mit einem produzenten auseinanderzusetzen mal aufzunehmen das ganze thema das material was da sich so angehäuft hat habe ich auch schon gehört dass da positive effekte aus diesem lockdown lockdown situation und auch irgendwelche limitierungen halt da entstehen die dann letztendlich positive effekte für produzenten haben was ich denke was am meisten ein impact hat auf die auf die wirtschaftliche situation ist halt das ganze veranstaltungstechnik die ganzen leute die in diesem genre unterwegs sind weil da ist es ja so ein bisschen eine verpflichtung dass man immer sehr breit aufgestellt ist und alles bedienen kann also auch modern und auch mit kosten mit investitionen die dann halt dazu führen dass man sich auch mit unter mit der bank mal unterhalten muss dass man da kredite bekommt ja um dann die gerätschaft abzubezahlen zwei jahre in der veranstaltungstechnik ist eine lange zeit ja das ist ähnlich wie bei der computerbranche da ist dann auf einmal etwas was man sich angeschafft hat noch lange nicht amortisiert und jetzt unter diesen umständen schon gar nicht was dann nachher dazu führt dass die firmen dann in der spätfolge dann eventuell wirtschaftlich voll in die knie gehen das sind das ist ein guter punkt habt ihr überhaupt eine vorstellung davon wie groß die veranstaltungswirtschaft im weitesten sinne in deutschland ist ich verlinke meine ganz interessante analyse daraus also man spricht von einem umsatzvolumen in der deutschen veranstaltungswirtschaft von rund 130 milliarden euro pro jahr die da umgesetzt werden wenn man sich die sektoren so anschaut dann ist das der sechst wichtigste wirtschaftssektor in deutschland ja und das sind 1,5 millionen leute beschäftigt 1,5 millionen menschen sind beschäftigt bei denen genau das zutrifft was du gerade beschrieben hast also veranstaltungstechniker sind damit drin da sind die bühnenbauer mit drin in den 130 milliarden sind natürlich auch die die ganzen großen messen mit drin es zählt alles zur veranstaltungstechnik wenn man das herunterdrillt auf den kleineren live musikbereich kulturbereich dann sind das spricht man von 6,6 milliarden also es ist ein riesen die veranstaltungswirtschaft hat einen riesen impact auf die wirtschaftlichen impact ja auf die auf die auf die volkswirtschaft ja auch was halt in der diskussion oftmals so ein bisschen weggekehrt werden die armen künstler und die armen veranstalter und so weiter so ein bisschen verniedlicht wird so nach meiner beobachtung also finde ich ganz interessant ich verlinke die studie hier mal mit in der internet in der video beschreibung ist es ganz interessant sag mal da hat sich jetzt auch ein ganzer was du auch sagst es gibt positive und es gibt negative negative überwiegend wahrscheinlich ja da hat sich ja ein ganzer haufe auch entwickelt was so virtuelle formate angeht ja was hältst du davon also als musiker das gewohnt ist auf der bühne zu stehen also genau schwieriger punkt weil ich halte davon nicht so viel macht mir auch nicht so viel spaß die präsenz aufrecht zu erhalten die fans auch irgendwo mit einzubeziehen etwas anzubieten ist natürlich eine sache allerdings wenn man es dann ausübt kommt man halt als musiker ich komme halt sehr viel von dem live thema halt irgendwie rüber über die bühne und mit publikum und am besten ist das so dass es halt richtig schön viel hitze in dem raum hat und das also richtig abgeht das ist das schönste aber wenn du so eine sehr sterile situation hast wurde vor null publikum spielt sondern vor aufgestellten auf stativen aufgeklemmten gobos die irgendwie dann filmen dann ist der der spielfaktor und der spaßfaktor und das ganze um was es da in der musik von meiner warte aus eigentlich steht voll daneben also das ist nicht unbedingt positiv dann gibt es da noch solche konzerte ich kann mich erinnern das letzte konzert was wir hatten unter corona bedingungen war irgendwie im september letzten jahres da waren dann alle angehalten also am tisch zu sitzen maximal zweier oder dreier gruppen drei kommen das größte die leute durften sich nicht bewegen die mussten also unter kontrolle dann auf die toilette gehen oder mussten sich unter kontrolle was zu trinken holen wir reden jetzt hier über alles andere als ein normales gewünschtes live atmosphärisches event wo leute die kommen das bekommen was sie von der band erwarten oder was sie da erhoffen auch zu bekommen und auch das was die musiker von dem publikum der in der aktion hat genau die reaktion das ist genau das schlafwort also live lebt ja von der interaktion zwischen künstler und publikum also ich hatte dann auch anweisungen gehabt also die leute zum tanzen oder zu bewegung aufzufordern ja was dann halt blieb halt dass sie dann auf dem tisch geklatscht haben und das war dann tisch geklopft haben das war dann eher wie so eine produktpräsentation bei irgendwie bei irgendeinem ice cream also sehr steril schwierig zu bespielen und es hat so nach dem dritten vierten song wurde dann die atmosphäre auch wirklich dann mal so es wurde real wurde das dann wahrgenommen was hat dann auch der spaß ein bisschen gefehlt ja jetzt ist es ja wir haben es ja leider die pandemie so was wenn man die nachrichten so verfolgt wird uns das ja noch eine ganze weile irgendwie bekleiden als band auf was muss man sich einstellen oder wie überlebt man als band oder was macht man als band also die perspektive die perspektive ist wenn das mal die die leute die positiv denken sagen die leute sind ausgehungert und wenn das alles in der zaun fällt dann gehen alle wieder auf die straße aber da komme ich jetzt wieder zurück zu dem was vorher gesagt hat die woche wird nicht länger es bleibt bei diesen zwei drei tagen in der woche wurde was machen kannst es wird am dienstag kein open air stattfinden das wird auch nicht stattfinden wenn das alles wieder aufgemacht wird die leute werden auch bin ich mal gespannt ob die ausung der diese ausunger situation ob die wirklich so großartig dann nachher rein wirkt auf das ganze dass jeder dahin rennt und die dinge werden dann auf einmal überbucht und es muss nachfolgekonzerte geben und was sonst was glaube ich nicht so ganz dran ich glaube es geht maximal wieder in den normalen bekannten rhythmus über das ist maximal ich glaube die negativen einflüsse richtung wo sind denn wirklich veranstaltungsmöglichkeiten wird weniger und von daher haben wir dann negativen impact auf das gesamte was die realität sich dann der realität sich dann halt stellen muss er hatte die die bands die auftrittsmöglichkeiten es gab vorher schon ohne pandemie gab es unglaublich viel konkurrenz und die konkurrenz wird nicht weniger als es ist auch so das ist ja irgendwie auch so ein teufelskreis also da gibt es die venue betreiber die brauchen gute bands damit das publikum ziehen können die bands brauchen die venues damit sie spielen können und 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 also das ist ja gerade so dass das und das eine bedingt ja das andere also ich habe jetzt gerade das wäre doch so eine frage es gibt ja auch so die ich glaube es kolossal macht das mittlerweile so hybrid veranstaltungen also wo du eine begrenzte anzahl von leuten reinlässt und der rest muss sich dann tickets kaufen und ist dann kriegt da einen link geschickt und kann sich da online zuschalten das ist glauben wir wirklich dass das was man was ich vorher oder was wir vorher gesprochen haben dass man das ablöst durch irgendein neues format der also der live auftritt hat doch eine gewisse ordnung ein ordnungsprinzip in sich wo man erwartungen halt irgendwie bedient die leute haben dieses 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 live event doch verinnerlicht um was es da eigentlich geht mit der hybrid veranstaltung jetzt um bei dem beispiel zu bleiben was ja gar keine schlechte möglichkeit ist um irgendwas zu tun aber ist es denn wirklich auch befriedigend den bedarf wirklich abholen und in dem in dem moment wo man eine hybrid veranstaltung anbietet bleibt das ich weiß es nicht also man hat ja die gier und die sucht nach dem was man eigentlich möchte wird dann nicht richtig bedient da bin ich halt ja nicht so ganz überzeugt ob diese 30 70 prozent regel da irgendwie funktioniert oder vielleicht hälfte hälfte regeln keine ahnung ein bisschen aktivismus uns weiter zu betreiben ist dabei es ist überlebensangst auch dabei ja und es ist auch überlebenswille ja um alte alternativen halt zu ringen ob die wirklich schlagen sind bleiben bleiben müssen das weiß ich nicht was macht man denn jetzt als musiker was macht was was macht man denn so wird hast irgendwie eine idee was war wie wie sich ich meine wir gucken und die distanz darauf wir haben unser day job ja haben ein gesichertes einkommen auf der einen seite und machen das ja im semiprofessionellen bereich so wie ich es mal beschreiben ja aber was macht jetzt der musiker der was die perspektive für den was da hast du da irgendwie nur rat oder ein tipp oder ein hinweis oder sowas was diese leute sich zukünftige einstellen müssen also noch härter als das was vorher war wenn man seine sein ziel irgendwie beschreibt also auch das weglassen was nicht nicht so richtig einem von der seele her guttut und wohntut das was man möchte diese diese zielorientierung ist schon immer hart gewesen in unserem geschäft in diesem geschäft die wird noch härter sein deswegen muss man noch mehr sich entscheiden was tut man also geht man in hybrid formate geht man in diese jahre was weiß ich youtube variante daheim etwas zu produzieren und sondern öffentlich zu machen oder hat man wirklich den fokus auf ich möchte live spielen und möchte auch live in einem vollen umfang spielen ja dann wird natürlich der korridor immer jünger und kleiner ja und das wird wird es wird das problem sein diese zielbestimmung das was macht der musiker das zu bestimmen und das erst mal zu seinem fokus zu generieren oder zu äußern das ist eine wichtige eine wichtige sache macht natürlich insgesamt das geschäft nicht einfacher die gesamte szenerie also vieles angefangen musiker werden vielleicht alles aufstecken gehen dann lieber wieder im normalen bürgerlichen job nach irgendwie da wird es den gegeben wenn news wird es immer geben die auftrittsmöglichkeiten speziell so in der rhein-main region war ja bis dato nie in el dorado gewesen was musikszene angeht ja was bedeutet das also wird es dann alles am ende sich nur noch auf zwei drei wenige veranstaltungsarten konzentrieren oder was meinst du das kann ich mir vorstellen ich kann mir wirklich vorstellen dass es noch extremer wird und in einer in einer diaspora wo die ganze zeit schon waren jetzt hier im rhein-main gebiet im vergleich zu anderen gegenden oder städten wird das noch schlimmer werden kann ich mir vorstellen und dann wahrscheinlich auch immer bespielt von den immer wieder gleichen musikern natürlich gibt die sich da das leisten können dazu zu musizieren natürlich man kann denn mit dem kreis weiterziehen ja wo sind die einkünfte das live spielen haben jetzt ja wieder also die die million seller die irgendwann mal million seller waren dann mussten das live spiel wieder neu entdecken damit sie irgendwie absätze wieder umsatz wieder generieren um dann jetzt also noch mal also es gibt ja keine alternative dazu weil die streaming plattform haben werfen ja nichts ab da kommt ja nichts dabei rum ja bei der sache so jetzt gehen alle wieder auf die straße arbeiten im prinzip von einem gig zum anderen machen ihre tourneen dass das das bleibt dann nicht weg also dieser druck dieser innerhalb der gesamt community oder dieses biotops bleibt dann weg das ist da wird er noch schlimmer weil jetzt alles in unordnung geraten ist weniger möglichkeiten da umso mehr ist halt dann auch der druck da uns dann zu bespielen was habt ihr auf der agenda wie ich weiß ihr habt ein paar termine geplant wann wer ist bei euch der plan wann das erste mal wieder live auftreten wollt ja also das wäre jetzt normalerweise wäre der erste auftritt im in frankfurt gewesen jetzt hier im bett da hätten wir jetzt im april spielen sollen da ist jetzt aber vertagt auf den irgendwann im oktober und so geht das ganze thema halt weiter wir schieben uns jetzt so ein stückchen weiter ihn schon in das in das dritte vierte quartal und sind schon auch in 2022 2022 genau mit mit einigen terminen dass das was vorher gesagt habe es wird immer mehr und mehr halt vertagten verschoben das ist erst mal das nahe ziel in diesem jahr noch so viel wie möglich halt umzusetzen damit man eventuell in 2022 den status den wir in 2019 hatten noch mal reparieren ja und dann halt in 2023 das sind alle die zeitverläufe die ich da genannt habe um dann vielleicht sogar noch mal eine schippe drauf zu legen das ist aber dann wirklich dann bei idealverlauf also wenn das jetzt in diesem jahr noch so weit kommt dass man diese termine die wir haben so roundabout 13 14 ja vielleicht sind 20 keine ahnung hat jetzt noch im kalender geguckt wenn wir die noch realisieren könnten ja dann wäre das super wie gesagt ich rechne nicht mit dem großen run dass also wenn der zaun fällt dass da alles auf der straße ist man also wieder live musik angesagt ist und jeder macht das doppelte was er vorher gemacht hat ich weiß glaube ich nicht ich glaube das bleibt dabei dass man diese trägheit im system hat einfach mit ein kalkulieren muss und dann sind wir wie gesagt bei den bei den jahreszahlen und bei der abfolge andreas vielen lieben dank für das für das für das interview das war alles sehr aufschlussreich ja für die live musik sieht schwierig aus aber es gibt vielleicht ein paar ansätze hier auch aus dem gespräch was man als musiker so machen kann ja ich kann nur danke sagen dass er wird euch den video angeschaut habt gibt mir einen kommentar verteilt den video und leiten natürlich ja wird mich freuen und bleibt uns gewogen bis zum nächsten mal tschau tschö